und leute was geht hier ist euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie bei nuketurn hier out of map kommt und zwar leute müsst ihr hierfür erstmal richtung gelbes haus rennen so hier rechts am zaun springt ihr drüber und duckt euch leute und geht hier zu diesem schneemann schaut diesen schal an leute weil wenn ihr zu viel nach rechts geht oder nach links geht dann läuft der timer und wenn ihr aufsteht läuft der timer also im gedruckt bleiben so dieser glitch ist auch besonders gut für den modus requisitenjagd weil ihr euch hier super verstecken könnt und keiner damit rechnet und ja das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal